Willkommen bei Finanznews. Heute mit einem Artikel, in dem Dirk Müller, ein deutscher Börsenmakler, Fondsmanager und Buchautor, ein beunruhigendes Szenario darüber schildert, wie im Hintergrund die Eliten der Macht agieren und welchen Einfluss der Bürger auf unsere Politik wirklich hat. Dirk Müller ist davon überzeugt, dass es vollkommen normal sei, dass jemand, der über Geld und Einfluss verfügt, dies aufbaut und zu seinen Gunsten nutzt. Je höher man in den Strukturen der Macht aufsteigt, umso organisierter und professioneller wird es. Es steht außer Frage, dass diejenigen, die über sehr viel Geld und Macht verfügen, wesentlich mehr Einfluss auf das Politische gestalten haben, als der einfache Bürger. Das ist auch etwas, was man in der Realität immer beobachten könne. US-Wissenschaftler haben 20 Jahre lang die politische Gesetzgebung in den USA verfolgt und dabei festgestellt, dass der Wille der Bevölkerung überhaupt keinen Einfluss auf die Gesetzgebung hat, sondern ausschließlich die Interessen der Eliten vertritt. Richard Kudenhof-Kalergi, einer der Gründungsväter der Europäischen Union, hatte das hier schon lange angekündigt, indem er sagt, wir wurden über Jahrhunderte vom Adel dominiert, was ja auch gut und richtig gewesen sei, eine Aussage, über die man zweifelsohne streiten könnte. Aber seine Argumentationskette ist es wert, sich diese bis zum Schluss anzuhören. Kudenhof-Kalergi erläutert also weiter, jemand, der in der damaligen Zeit in einem Adelshaus groß geworden ist und mitbekommen hat, wie schon der Vater oder Großvater Diplomatie betrieben haben, wie Diplomatie funktioniert, der die anderen Personen aus anderen Königreichen kannte und wusste, wer mit wem verheiratet ist oder eventuell selbst eine Zweckehe einging. Der hat viel eher die Möglichkeit Diplomatie zu betreiben, als jemand, der auf einem Bauernhof groß geworden ist, 20 Jahre lang, auf dem Feld gearbeitet hat und dann plötzlich sagt, so, ich übernehme jetzt mal den Staat. Heute schmunzeln wir natürlich darüber und sagen, na klar, ist ja logisch, und trotzdem sind wir heute laut Kalergi wieder an einem Punkt, dass wir sagen, wir haben eine Herrschaft der Mächtigen nebst dem Reichen und Einflussreichen, was vollkommen in Ordnung sei, weil eben jemand, der es an die Spitze eines Weltkonzerns schafft oder sich ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, über ein ganz anderes Weltbild Informationen und Netzwerk verfügt und daher viel eher in der Lage ist, weitreichende Entscheidungen für eine Gesellschaft zu treffen, als jemand, der sein Leben im Fußballstadion und vor dem Fernseher verbringt. Natürlich mag man dieser Aussage zustimmen und sagen, na ja, ist sicher was dran. Die heutige Herrschaft der Eliten, denen man einen größeren Weitblick zutraut, ist zwar nicht das Ideal, nicht das Beste, aber es könnte schlimmer sein. Nur wenn man dies so direkt beim Namen nennen würde, würde die Masse das nicht akzeptieren. Deshalb wurde diese Scheindemokratie vorne angestellt, damit die Leute das Gefühl haben, sie würden mitentscheiden, hätten ein Mitspracherecht, was de facto nicht der Fall ist. Tatsächlich war es aber auch notwendig eine Kontrollinstanz einzusetzen, denn das Problem war folgendes, das Adelssystem hat so lange gut funktioniert, solange der Adel noch einen Bezug zum Volk hatte. Solange diese enge Beziehung bestand, ist der König noch selbst in die Schlacht geritten und wusste, wie er eine Balance zwischen der Bevölkerung und dem Adel herzustellen hatte. Anderenfalls hätte man ihn aus der Burg gezogen, falls das Volk das Gefühl hätte die Mächtigen würden es übertreiben, was ja auch oft der Fall war. Daher wurde also eine Kontrollinstanz ins Leben gerufen. Als allerdings im 18. Jahrhundert der Adel zu mächtig und zu selbstherrlich wurde, zu große eigenen Armeen hatte und sich komplett vom Volk abschottete, denken wir zum Beispiel an Schloss Sanssouci oder den Sonnenkönig Ludwig XIV., da wurde die Distanz zu groß und das Volk ging auf die Barrikaden und rief zur Revolution auf. Und heute hat man, wie gesagt, für diese Plutokratie eine Scheininstanz unter dem Deckmantel einer parlamentarischen Demokratie, aber vor allem den Medien eingesetzt. Dirk Müller erinnert an den Marsch auf das Hambacher Schloss, als es um das Recht der freien Medien ging, weil die extrem wichtig für diese Entwicklung als Kontrollinstanz waren. Denn wenn jemand aus der Politik oder Wirtschaft über die Stränge geschlagen hat, zu große Sauereien oder Egoismen an den Tag gelegt hatte, gegen den Willen der Bevölkerung war, dann haben diese Medien den Mob mobilisiert und über Wochen eine Kampagne gefahren, die die Leute auf die Straße holten, und zwar so lange, bis der Politiker zurückgetreten ist oder das Unternehmen seine Politik geändert hat. Logischerweise haben natürlich diejenigen, die kontrolliert werden, kein Interesse an dieser Kontrolle, denn das stört sie. Am liebsten würden sie sagen, Mensch, lass uns doch mal machen. Das ist schon alles ganz okay. Vertraut uns mal. Also hat man sukzessive, wie ein vollkommen normaler Prozess, versucht, diese Kontrolle loszuwerden, indem man sich die Medien auf seine eigene Seite gezogen hat. Das funktioniert übrigens wunderbar und es ist nicht so aggressiv, wie etwa Korruption oder knallharte Befehle. Dieses System ist einfach und funktioniert sehr unterschwellig, indem man entsprechenden Leuten, die schon die eigene Denkweise teilen, in Führungspositionen bringt, damit diese wiederum Leute anstellen, die so ähnlich ticken wie man selbst. Denn denen muss man nicht sagen, was sie tun sollen. Sie sind ja selbst davon überzeugt, dass alles so ist, wie sie es sehen und schreiben. Und so entsteht auch in Redaktionen eine Gedankenblase, eine eigene Welt, die gar nicht verstehen kann, weshalb sich die anderen darüber aufregen, dass man die Dinge anders sieht, weil man sich ja gegenseitig bestätigt. All diese Mechanismen zusammengefasst, führen in den letzten Jahren dazu, dass diese wichtige Kontrollinstanz der freien Medien, welche die Mächtigen kontrollieren, sich immer mehr zum Sprachrohr gegen jene entwickelt, die gegen die Mächtigen aufgebären und diese kritisieren. Genau das führt am Ende zu einer gefährlichen Situation für die Eliten selbst, so wie wir es beim Adel gesehen haben und wird sich am Ende auch gegen diese wenden, wenn die Balance uns nicht wiederhergestellt wird. Man könnte im Grunde akzeptieren, dass wir eine Eliteherrschaft haben, wenn man sagt, hey Freunde, nehmt uns mit. Respektiert die Gesellschaft, respektiert auch die Wünsche der breiten Masse und seid nicht so egoistisch und nicht so selbstherrlich. Wenn aber die Kontrollinstanz nicht mehr da ist, wird man immer selbstherrlicher und egoistischer. Die Spaltung der Gesellschaft geht immer weiter auseinander und die breite Masse hat kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Denn sie hat keine Stimme und niemanden, der sie vertritt. Die Gewerkschaften hatten sich einmal zusammengeschlossen um die Menschen gegen die Fabrikbesitzer und die Industrialisierung vereint. Ohne diese Gewerkschaften wäre ein Gleichgewicht der Interessen zwischen Arbeitern und Industrie niemals möglich gewesen. Denn sie waren in der Lage für beide Seiten ein gesundes Ambiente zu schaffen, welches heute komplett fehlt. Wir bräuchten wieder etwas mehr Stimmen für die Gesellschaft und Bürger, damit eine Balance zwischen ihnen und den Großen wieder besteht. Anmerkung von Finanznews. In China werden sämtliche Medien von einer einzigen Instanz, nämlich dem chinesischen Zentralkomitee, kontrolliert. Sie haben also sozusagen einen einzigen Besitzer. In den USA werden 98% aller Medienunternehmen von nur sechs Konzernen kontrolliert. In Deutschland haben fünf Familien die Kontrolle über 90% aller Medien. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass die Medien alle in dasselbe Sprachrohr blasen, dass uns allen eine gewisse Denkweise indoktriniert werden soll, wissen Sie jetzt, warum. Was sind die größten Gefahren für Ihr Vermögen? Ich verrate Ihnen gleich die größte Gefahr. Und zwar, das ist der Staat. Und ich weiß, dass Sie sich denken, Moment Markus, das weiß doch jeder. Er nimmt mir die ganze Steuer weg. Aber das ist noch das kleinste Problem. Die Steuer ist ein großer Teil vom Problem. Aber das ist noch die kleinste Ihrer Sorge, quasi die kleinste Gefahr für Ihr Vermögen. Es gibt ein anderes Problem mit dem Staat und zwar die Staatsverschuldung. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, okay Markus, ja, aber warum ist das eine Gefahr für mich oder für mein Vermögen? Ja, das ist ja dem Staat seine Angelegenheit. Naja, nicht ganz. Sie sind ein Staatsbürger. Was bedeutet das? Sie bürgen für den Staat. Sie bürgen für die Schulden des Staates. Und der Staat kann nur deshalb so viele Schulden aufnehmen, weil er jemanden hat, der für ihn bürgt. Und das sind Sie. Und es ist noch nicht einmal alles. Da gibt es noch einiges mehr. Und ich verrate Ihnen später noch etwas dazu. Der zweite große Punkt, die zweite große Gefahr für Ihr Vermögen sind Banken und Versicherungen. Wie, Markus, Banken und Versicherungen. Bei einer Bank, bei einer Versicherung ist doch mein Geld sicher. Das steht ja im Namen Versicherung. Da ist ja das Wort sicher drinnen. Naja, ich möchte Ihnen ganz kurz ein kleines Beispiel zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie bürgen Ihrem Freund Fritz. Sie bürgen Fritz 1.000 Euro. Wem gehört das Geld? Wem gehören diese 1.000 Euro? Gehört das Geld Ihnen oder gehört es Ihrem Freund Fritz? Es gehört Fritz. Fritz schuldet es Ihnen, aber es ist sein Geld. Warum ist es sein Geld? Ganz einfach. Alles, was er sich mit dem Geld kauft, gehört ihm. Angenommen, er kauft sich ein Mobiltelefon. Es ist sein Mobiltelefon. Es ist nicht mehr Ihr Geld. Er besitzt Ihr Geld. Besitzen kommt im wahrsten Sinne des Wortes vom Darauf-Sitzen. Und Sie sitzen auf dem Eigentum von jemand anderem. Und in dem Fall sitzt Fritz auf Ihrem Geld, obwohl er es Ihnen schuldet. Was hat das Ganze jetzt mit Bank und Versicherungen zu tun? Ganz einfach. Die Bank besitzt Ihr Geld. Die Versicherung besitzt Ihr Geld. Sie ist das Geld. In der Versicherung, in einer Lebensversicherung, in einer Kapitalsparversicherung ist nicht mehr Ihr Geld. Das Geld auf einem Bankkonto, das Geld auf einem Sparbuch ist nicht mehr Ihr Geld. Es gehört der Bank. Die Bank schuldet es Ihnen. Und im Falle von Problemen, angenommen, Fritz geht pleite, ist das Geld weg. Und das Gleiche gilt für die Bank. Okay, es gibt sogenannte Einlagensicherungen, aber bei einem Systemcrash greift das alles nicht mehr. Und da gibt es noch einige, einige versteckte Paragraphen, nenne ich es einmal, in dem ganzen Thema der Banken. Und was ist die dritte große Gefahr? Wir haben es eigentlich in den ersten beiden schon angesprochen. Es ist fehlendes Wissen. Es gibt nämlich noch eine Menge mehr Gefahren für Vermögen, aber Sie wissen es noch nicht. Und ich habe es lange Zeit auch nicht gewusst. Ich habe es von einem Insider erfahren. Jemand, der sich, der über 30 Jahre lang in der Szene war, sich mit der Materie beschäftigt hat. Und zwar ist es Alexander Streb. Und ich möchte Sie herzlich zu einem Webinar, zu einer gratis Online-Info-Veranstaltung mit Alexander Streb einladen, wo er Ihnen nicht nur zeigt, welche Gefahren noch für Ihr Vermögen da sind, sondern vor allem, wie Sie sich dagegen schützen können. Sie werden erfahren, wie Sie sich vor dem Zugriff, wie Sie Ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen können. Sie werden erfahren, was Sie gegen eine mögliche Inflation, vielleicht sogar gegen eine mögliche Hyperinflation machen können. Sie werden erfahren, wo der Vorteil von und vor allem auch leider, wo die Schwächen von gewissen Sachwerten sind. Gold, Immobilien zum Beispiel. Aber auch, welche Möglichkeiten es vor allem gibt, sich gegen die ganzen Gefahren zu schützen. Sei es Bank, sei es Immobilien und noch einiges mehr. Was müssen Sie tun? Ganz einfach, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Sie kommen auf eine neue Seite, suchen sich einen Termin aus und melden sich ganz einfach an. Es ist super einfach und vor allem, es geht um Ihr Geld. Bitte bedenken Sie eines, wir leben in spannenden Zeiten, in aufregenden Zeiten. Es passiert viel. Wer nicht vorbereitet ist, hat oder kann große, große Probleme bekommen. Denn es geht heute meiner Meinung nach nicht mehr darum, wie viel man für sein Geld bekommt, wie viel man für sein Vermögen bekommt, sondern dass man es überhaupt zurückbekommt. In dem Sinn, werden Sie aktiv, denn das ist der erste Schritt. Informieren Sie sich, bilden Sie sich weiter, melden Sie sich jetzt zum kostenfreien Online-Webinar an. Alle Daten dazu unter dem Video. Klicken Sie jetzt drauf und wir sehen und hören uns auf der anderen Seite. Ihr Markus Dahn und sind auch hier unterwegs. Wir sehen uns bei jemandem, der wir heute schon mal helfen. didn the bank bei das Unternehmen an? Untertitelung des ZDF, 2020